Muktahasta Surya Yantrasana ist die Sonnenuhr ohne Unterstützung der Arme. Du hast also das linke Bein oben in der Luft, während das rechte Knie gebeugt ist und du hältst das Bein oben, ohne dass du die Arme benutzt. Deshalb Muktahasta. Die Fingerspitzen können aber durchaus den Boden auch berühren, auch wenn du damit ein leichtes Salamba hast. Aber Muktahasta, das heißt mit freien Händen, deshalb, weil du eben nicht das Bein mit den Armen oben hältst, sondern mit den Muskeln von Oberschenkel und Bauch und deshalb ist die Stellung erheblich anstrengender, als sie aussieht. Ja, Raffaela Zuckadev und Eduard hinter der Kamera wünschen dir viel Freude beim Yoga. Dieses Video war Teil des Yoga-Vidya-Asana-Lexikons, etwa 5200 Videos mit den verschiedenen Asanas auf Sanskrit und Deutsch.